Oh Gott, oh Gott. Na gut, ich bring mal das Spielzeug, dann haben wir die Mission wenigstens weg. Hm, find das Spielzeug. Hier ist auch nicht weiter. Na, ist ja auch nicht weiter. Ach, hier ist auch noch eine Tür. Okay. Okay. Es geht um den Jungen, verdammt. Private Wild. Er sollte hier stehen, nicht ich. Er war noch jung. Er hatte Potenzial. Mit ihm gäbe es eine Zukunft. Wir beide sind Relikte aus der Vergangenheit, die nur noch der Wille aufrecht hält. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Tja, ist ziemlich offensichtlich, oder? Ich war bereit zu sterben. Ich hätte es gern getan. Ich habe meinen Arsch gegeben, um den Jungen zu beschützen, Blazkowitsch. Und Sie haben sein Leben einfach weggeworfen. Erinnern Sie sich an Prendergast? Der Körper hat einfach alles überlebt. Und jetzt ist er tot. Sie sind alle tot. Und Sie sitzen hier mit diesem nutzlosen Greis. Was? Ich meine, wie soll es langfristig weitergehen, hm? Wer wird übernehmen, wenn wir die Zügel nicht mehr halten können? Fuck! Und jetzt raus mit Ihnen. Ich muss mich ausruhen. Oh Mann, oh Mann. Okay. Durchsuche das Archiv. Jetzt muss ich das nur noch finden, Map. Ah stimmt, er hat ja eine Map. Verschlossene Tür hier. Gibt es hier noch etwas, was ich mitnehmen kann? Nö. Gut. So, wo ist die Wursti? Da kommt Quatsch mal wieder. Alles gut. Kürze? Nö. Aber danke. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie. Ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert. Jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name ist Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht. In Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher. Dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh-Technologie. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann. Vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrufen. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercup. Freiwillige vor. Ich mach's. Sind Sie bereit dafür? Blaskovic. Ja? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus! Raus! Bewegung! Zaubernde! Schneller! Schneller! Bitte! 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 Oh Gott! Das Kind tut mir leid. Die Frau wird dich am liebsten eigenhändig köpfen. Bewegung! Zaubernde! Frau Engel! Was ist mit dem hier? Zumas sie. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang! Hm. Jawohl, Lagerkommandantin! Durch die Tür! Sausack! Wir haben einen Klug getroffen, die Alte. Okay. 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 Werden hier wie viel behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Set Roth. Bis 14. Einatmen. Gut. Dann haben wir das schon mal. Vielleicht geht es auch nicht lang. Okay. Der erste Tag ist Tag, mein Freund. Werne zu akzeptieren. Es wird nicht einfach ab. Oder mehr. Nun, ich weiß nicht genau wie lange. Wochen, Monate vielleicht. Wenige überleben lang. Ich bin auch gerne gekämpft. Hab sie mir bei Lauf gehalten. Und irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich, um Leben zu bleiben. Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Set Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du für die richtige Klinik. Oh, verdammt! Such nach einem Wirtland. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4 Uniform anheist Milo. Gehört seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Okay. Okay. S, R, D. ok hab ich doch schon ich muss gleich noch draufhauen ja ich mache noch mal ja 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 Ja, ich würde das gerne aufheben. Okay, ich mache mal einen Kontrollpunkt Laden. Ähm, man weiß, vielleicht habe ich ja wieder was falsch gemacht, wa? Vielleicht habe ich...